Warum Far Cry 3 nicht nur ein herausragendes Videospiel ist, sondern ein Spiel über Videospiele, das erfahrt ihr hier. Anlässlich der Veröffentlichung des sechsten Hauptteils möchte ich mit Far Cry 3 noch einmal mein Lieblingsteil-Review passieren lassen. Im Fokus soll dabei stehen, was das Spiel aus der Perspektive der Game Studies so interessant macht und was leider in der allgemeinen Wahrnehmung des Spiels etwas untergegangen ist. In dieser Videoserie will ich daher erläutern, wie das Spiel nicht nur sich selbst, sondern das ganze Genre kritisch hinterfragt und den Finger in die Wunde legt, die viele sonst herausragende Spiele haben. Ich möchte auf die metareferentiellen oder auch selbstreflexiven Aussagen eingehen. Also Aussagen, die ein Werk offen oder versteckt, sprich explizit oder implizit macht, die das Werk selbst oder das Medium oder Medien im Allgemeinen betreffen. Hierbei orientiere ich mich an dem Metaisierungskonzept von Werner Wolf. Der schreibt Mit anderen Worten, Doch woher weiß ich, dass eine solche metareferentielle Aussage vorliegt, wenn sie einem nicht gerade ins Gesicht sprengt und sagt, Hallo, ich bin eine metareferentielle Aussage, behandle mich bitte auch so. Also wenn es sich um eine implizite metareferentielle Aussage handelt. Diese versteckte Metareferenz darf nicht zu gut versteckt sein, wenn sie wahrgenommen werden soll. Wie bei einer Schnitzeljagd bedarf sie also einer Markierung, denn sonst könnte man überall und nirgend suchen. Markierungen sind fast immer Verweise auf Medien, sei es durch sprachliche, auditive oder bildliche Zitate und Anspielungen, oder Metalebsen wie in The Stanley Parable, wenn der Erzähler die Spielenden direkt anzusprechen scheint. Wie zumindest ein Teil so einer Schnitzeljagd mittels Markierung funktioniert, möchte ich anhand eines Zitats aus Juan Escuses Roman Miami Punk zeigen. Der Zustand der Stadt erinnerte mich an die Prosa José Saramagos, der manchmal nur eine einzige Grundvariable der Welt veränderte. Hier wird auf die Werke von José Saramagos verwiesen. Da diese Medien sind und Miami Punk ein Medium ist, noch dazu Vertreter des gleichen Mediums, nämlich des Romans, wäre diese Aussage schon eine werkexterne Selbstreferenz. Also die erste Markierung auf unserer Schnitzeljagd. Zudem wurde die Storyworld von Miami Punk ja tatsächlich geschaffen, in dem nur eine einzige Grundvariable der Welt verändert wurde, nämlich die des Atlantiks, der im Roman nicht mehr an Miami angrenzt. Die werkexterne Selbstreferenz ist somit auch eine werkinterne Selbstreferenz, weil auf die Produktionsseite des Romans verwiesen wird. Also eine weitere Markierung auf der Schnitzeljagd, die bestätigt, dass wir auf der richtigen Spur sind. Doch wo führt diese intertextuelle Spur uns hin? Die implizite Anspielung auf die Romane Die Stadt der Blinden und Das steinernde Floß dienen als an die LeserInnen gerichtete Markierung, den vorliegenden Roman, im Fachjargon auch den manifesten Text, ebenso zu lesen wie die Referenztexte, nämlich allegorisch. Fassen wir zusammen. Die implizite, metafiktionale Aufforderung, diesen Text bitte allegorisch lesen, wird markiert durch den expliziten Verweis durch namentliche Nennung Saramagus und die implizite Anspielung auf zwei bestimmte Werke. Um also die Analyse von Far Cry 3 zu rechtfertigen und zu zeigen, dass es jenseits der vordergründigen Narration und Spielstruktur tiefergehende implizite Aussagen über Computerspiele im Allgemeinen gibt, muss ich feststellen, ob das Spiel eine solche Lesart überhaupt zulässt bzw. mittels Markierungen dazu einlädt. Die Gliederung wird also wie folgt aussehen. 1. Markierung metareferentieller Aussagen Ich werde Markierungen auf verschiedenen Ebenen vorstellen, die eine tiefergehende Beschäftigung des Spiels mit dem eigenen Medium signalisieren. 2. Reflexion und Kritik überholter Videospielstereotype Aufbauend auf den Markierungen stelle ich in diesem Abschnitt heraus, wie Far Cry 3 gängige Mittel der emotionalen Involvierung der SpielerInnen aufzeigt und kritisiert, indem eben diese Mittel verwendet werden, aber pointiert mit ihnen gebrochen wird. 3. Aufhebung der ludonarrativen Dissonanz Das Problem der ludonarrativen Dissonanz, das besonders augenfällig bei Spielen mit komplexeren Charakteren wird, entsteht, wenn Gameplay und Story auseinanderklaffen. Far Cry 3 zeigt, was es für den Avatar bedeutet, wenn diese Dissonanz aufgehoben wird. Teil 1 Markierung metareferentieller Aussagen Bei näherer Betrachtung finden sich unzählige Verweise auf Medien im Allgemeinen und das eigene Medium Computerspiel im Speziellen in Far Cry 3. Der prägnanteste Verweis dürfte das Zitat aus Alice Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll sein, welches direkt am Anfang des Spiels eingeblendet wird. Exponierter als am Textanfang Ich benutze hier den Textbegriff im weiten Sinne kann eine sogenannte intertextuelle Spur nicht sein. Auch ohne Umrahmung von Anführungszeichen wird das Zitat durch Codewechsel mehr als deutlich markiert, da diese Form der Darstellung blauer Text vor schwarzem Hintergrund allein den Verweisen auf die Alice-Romane vorbehalten ist und für kein weiteres Element des Spiels verwendet wird. Auch wenn Autor und Werk des Verweises nicht genannt werden, handelt es sich hier also um eine explizite Markierung der intertextuellen Spur sowie einer Identifizierung des Referenztextes. Denn auch, wem der Abschnitt selbst nicht geläufig sein sollte, müsste bei dem Namen Alice eine sehr starke Vermutung haben, auf welchen Text hier verwiesen wird. Aber was ist nun die Funktion dieses Zitats? Jörg Helbig hält hierzu fest, Tendenziell tritt dieser Typus expliziter Markierung eher zu Beginn eines Textes auf, um einen spezifischen Referenztext bzw. einen Relationsmodus im Bewusstsein des Rezipienten zu etablieren und diesen für nachfolgende, impliziter gehaltene Bezugnamen aufnahmefähiger zu machen. Und weiter, letzter Zielpunkt und Adressat intertextueller Markierung ist stets der Rezipient. Die Markierung dient dabei als Anweisung, den manifesten Text anders als üblich, nämlich intertextuell zu lesen, also seine Bedeutung, gegen die Folie eines oder mehrerer anderer Texte zu konstituieren. Vereinfacht ausgedrückt, hier wird der Hinweis gegeben, auf weitere Ähnlichkeiten des Spiels zu Alice' Abenteuer im Wunderland zu achten. So lassen sich durch dieses erste, offensichtliche Zitat auch alle weiteren Alice-Zitate als solche identifizieren, auch wenn es sich bei ihnen um weniger bekannte Abschnitte handelt. Den ersten Referenztext haben wir also, check. Aber was genau hat das Alice-Zitat jetzt mit Far Cry 3 zu tun? Im Roman steht der Satz vor dem Beginn der eigentlichen Abenteuer im Wunderland und markiert den Übergang zwischen zwei Erzählebenen, der Rahmenhandlung und der Binnenhandlung. Wird in der Rahmenhandlung beschrieben, was die Wache, aber müde Alice erlebt, schildert die Binnenhandlung die Träume der schlafenden Alice. Der Part, in dem Alice dem Kaninchen folgt, hat Anteil an beiden Welten und beschreibt die Einschlafphase, wenn bereits vor dem festen Schlaf die Imagination entfesselt wird. Die erzählte Welt wird auch als die Ägese bezeichnet. Je nachdem, ob etwas in dieser erzählten Welt vorkommt oder nicht, wird zwischen extra- und intradiägetisch unterschieden. Die Erzählinstanz, die uns Lesenden die Welt vermittelt, ist extradiägetisch. Die Alice der Rahmenhandlung ist eine intradiägetische Figur. Die Traumwelt, also das Wunderland, sowie die geträumte Alice innerhalb des Wunderlandes, können wiederum als metadiägetisch bezeichnet werden, was nichts anderes meint, als dass das Wunderland eine Erzählung innerhalb einer Erzählung ist. In der Logik der Diägese sind die Abenteuer im Wunderland zwar keine Erzählung, sondern ein Traum, aber auch intradiägetische Träume, Bilder und Gedanken können neue Erzählebenen hervorbringen. Der zitierte Abschnitt steht im Ursprungstext, kurz bevor Alice in den Kaninchenbau fällt, ebenso wie das Zitat dieses Abschnitts das Spiel Far Cry 3 einleitet. Analog zu Alice Sturz in den Kaninchenbau springt Jason über Rogue Island mit dem Fallschirm ab. Wie sie später herausstellt, handelt es sich um einen Blindsprung, also springt Jason genau wie Alice ab, never once considering how in the world he was to get out again. Die diägetischen Ebenen sind hier aber gespiegelt. Während der Fall bei Alice den Übergang von der intradiägetischen Ebene des Wachzustandes zur metadiägetischen Ebene des Traums beschreibt, also von Rahmenhandlung zu Binnenhandlung, stellt sich der Fall und der Urlaub Jasons vor dem Fall als metadiägetische Erzählung heraus. Denn dieses Intro wird als dieägetisches Video auf Jasons Smartphone entlarvt. Anstatt die an den Sprung anschließende Landung des Avatars zu sehen, erfahren wir eine eigene harte Landung, wenn wir gerade mal eine Minute im Spiel bereits an unserer Erwartungshaltung getäuscht wurden. So wird in dieser ersten Minute bereits das Unterlaufen der Erwartungshaltung, das Spiel mit den Erzählebenen und das Fallen des Protagonisten eingeführt, alles Aspekte für die Carols Alice-Romane bekannt sind. Was Far Cry 3 hier macht, ist mit dem Zitat einen ersten Bezug herzustellen, um den SpielerInnen den Referenztext ins Gedächtnis zu rufen. Dann folgt in Form des Handy-Videos eine Bestätigung, womit ausgedrückt wird, das Zitat steht da nicht zufällig. Doch es geht noch tiefer in den Kaninchenbau. Die Alice-Romane verhandeln schon lange vor dem ersten Computerspiel eine Verknüpfung von Gameplay und Narration. So ist nach den lebendig gewordenen Spielkarten im ersten Teil das Schachspiel in Alice hinter den Spiegeln strukturbestimmend. Denn die Figuren der Binnenhandlung und deren Handlungen sind Schachfiguren und deren Zugregel nachempfunden. So wird der weiße Bauer Alice zur Königin gekrönt, nachdem er das Spielfeld überquert, respektive Alice sechs Bäche übersprungen hat. Der weiße Springer hingegen ist ein Ritter, der nach jedem Sprung seitlich vom Pferd fällt. Die Spielzüge im Schach werden so diegetisch, also in der Welt des Settings, erklärt. Der Bezug auf Lewis Carrolls Werke signalisiert also recht deutlich ein Systembewusstsein und kündigt eine reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen Medium an. Reflexionen im buchstäblichen Sinne sind auch grundlegend für das Design des Spiels und somit auch eine weitere Markierung. So sind einzelne Buchstaben in den Alice-Zitaten gespiegelt und der gesamte Absatz ist wiederum auf der linken Bildschirmhälfte gespiegelt. Auch in den verschiedenen Menüs, sowohl im Vordergrund wie auch im Hintergrund und auch in den Ladesymbolen finden sich Reflexionen im Literalsinn. Doch nicht jedes Zitat muss gleich eine tiefergehende Bedeutung haben. Wenn Jason auf einem Schiffswrack steht und ruft oder seinen Bruder dazu auffordert die Macht zu benutzen so heißt das nicht, dass das ganze Spiel vor der Folie von Titanic oder Star Wars rezipiert werden muss. Vielmehr dienen diese Zitate nur der Charakterisierung des Avatars. Sie referieren auf das popkulturelle Wissen von Jason und machen ihn für die Spielerinnen und Spieler greifbarer, insofern sie das gleiche popkulturelle Wissen mit dem Avatar teilen. Die meisten SpielerInnen können eher nachvollziehen in bestimmten Situationen bestimmte Filmzitate zu bringen als zum Beispiel wie es ist den eigenen Bruder foltern zu müssen. Als so ein Zitat habe ich auch den Walkürenritt lange missverstanden. Zuerst wird er gespielt als Jason sein Vorstellungsgespräch bei Hoyt hat. Erneut hört man ihn wenn Jason mit Riley im Helikopter entkommt. Und spätestens hier ist eine Anspielung darauf Apocalypse Now nicht mehr zu leugnen. Die Anspielung selbst ist markiert und damit potenziell meta-referentiell weil die Elemente Walkürenritt, Hubschrauber und Luftbodenangriff kombiniert werden. Dieses Anzitieren des Referenztextes Apocalypse Now beschädigt wiederum weitere Ähnlichkeiten zum Spiel. Auf die wird in den nächsten Kapiteln noch näher eingegangen. Denn obwohl Apocalypse Now den südostasiatischen Raum als Schauplatz vieler Action und Kriegsfilme etablierte orientiert sich Far Cry 3 ikonografisch noch stärker an der Rambo-Reihe. Die mit dem titelgebenden Einzelkämpfer und drastischen Gewaltdarstellung nicht nur eine ganze Dekade von Actionfilmen prägte sondern auch einen prototypischen Eco-Shooter-Helden geschaffen hat. Schon der erste Blick aus dem Bambuskäfig auf Vaas weckt Assoziation zu der subjektiven Kamera also First Person im Film die in den Rambo-Filmen regelmäßig den Blick durch die Bambustäbe mimt. Das allein könnte noch Zufall sein auch wenn die Käfige ziemlich genau wie die in Rambo 4 aussehen. Eine eindeutige Markierung ist jedoch die Einführung von Hoyt als Bösewicht die sich so stark an Rambo 4 orientiert dass man hier von einem filmischen Zitat sprechen kann. Wie die ZuschauerInnen im Film ist Jason nicht in der Lage einzugreifen. Er nimmt zunächst nur die Rolle des Beobachters ein und betrachtet das Prozedere aus der Ferne. Die Vermittlung des Geschehens durch die Kamera verstärkt diese Markierung. Wir sehen ein filmisches Zitat durch eine intradiegetische Kamera. Die Spielenden werden durch diese Zitate ermuntert nach weiteren Parallelen zu den Filmen zu suchen was ich im nächsten Kapitel auch tun werde. Das was ich bisher aufgezählt habe sind Intermediale Verweise. Auch wenn die Alice Referenzen über Bande gespielt natürlich auch auf den ludischen Charakter von Far Cry 3 verweisen. Es finden sich aber noch explizitere Videospielreferenzen. So betätigt sich Jason auf der Suche nach einem historischen Dolch als Amateur-Archäologe schrägstrich Grabräuber und tritt nicht nur in die Fußstapfen Indiana Jones sondern auch in die Lara Crofts und Nathan Drakes die sich auf ähnlichem Gebiet betätigen. Der auffälligste werkinterne Selbstverweis stammt allerdings aus Var's Mund. Was habe ich dir schon mal gesagt? Das ist die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Als Selbstreflexion auf Handlungsebene bezeichnet Var's die wiederholt missglückten Versuche Jason zu töten. Darüber hinaus bezieht sich dieser Satz aber metareferenziell auf Computerspiele. Eine Grundfigur des Spiels ist die Wiederholung, die einem zirkulären Zeitmodell unterliegt. Es können sowohl einzelne Spielzüge wie auch ganze Spiele leicht variiert wiederholt werden. Zwar operieren einzelne Aufgaben und Quests in Computerspielen vielfach mit klaren Zielvorgaben, stellen aber als ganzes Wiederholung des fast immer gleichen dar. Hier wird schon ein wichtiger Hinweis darauf gegeben, was eine mögliche Konsequenz ist, wenn das spielerseitige Verhalten diegetisch integriert, also in der Welt der Geschichte thematisiert wird. Egal wie viel Mühe sich Var's gibt und immer wieder das gleiche tut, nämlich Jason zu töten, der die Spielende lässt Jason einfach am letzten Checkpoint respawnen und tut ebenfalls das gleiche nochmal, hofft aber dieses Mal auf einen besseren Ausgang. Eigentlich sind die bis zu diesem Punkt erwähnten Markierungen schon mehr als ausreichend, um eine metareferentielle Lesart zu rechtfertigen. Der Vollständigkeit halber seien aber noch weitere Verweise auf das Spiel im Allgemeinen erwähnt. Bereits in der Einführungsmission schleichen Grant und Jason an Pokerspielenden Wachen vorbei und viele Gegenstände, die in den auf der Insel verteilten Kisten gefunden werden können, haben einen direkten Bezug zu dem Spiel. Oft handelt es sich um Pokerships oder Karten. Als Spiel im Spiel ist es an bestimmten Orten auf der Insel auch spielbar und der, die spielende, kann sein, ihr in der Open World erlangtes Geld setzen. Aber auch Narrativ spielt Poker eine wichtige Rolle. Sowohl Willis als auch Sam lernt Jason beim Pokern kennen und die finale Konfrontation mit Hoyt Volker findet ebenfalls während eines Pokerspiels statt. Außerdem werden zum Ende zunehmend viele Pokermetaphern benutzt, wie You're the best Poker player I have ever met, nachdem Jason seinen Bruder gefoltert hat. Oder in den Namen der Missionen wie All In, Bedding Against the House und Aced in the Hole. Und wenn man ganz genau darauf achtet, kann man in Bad Town eine alte Dame entdecken, derer intradiegetischer Wahnsinn metaleptische Aussagen ermöglicht. Denn nur durch den Wahnsinn innerhalb der Geschichte kann erklärt werden, warum sie weiß, dass Jason nur ein Avatar, eine fremdbestimmte Puppe ist, die tut, was man von ihr verlangt. Das war es auch schon für den ersten, doch etwas langen Teil. Ich hoffe, ich habe euch zunächst plausibel machen können, dass in Far Cry 3 mehr steckt, als man an der Oberfläche erkennt. Und dass dieses Spiel mit allen verfügbaren Zaunfällen winkt, man möge es auch bitte daraufhin untersuchen, was es über sich selbst aussagt. Denn was genau das ist, erfahrt ihr in den nächsten beiden Videos. Bis dann! Bitte stirb! Ich töte sie, ich fresse sie, ich trinke ihr Blut. Bald sehen wir, das Scheißspiel gewinnt.